Hallo, hallo, willkommen, willkommen, everybody, das war's, not good, okay, ich liebe es, open, start the game, today we play Cyberpunk again, start the game capture, let's see, what we can reach today, hello Nevench, welcome, how is it going, okay, it is clearly a cat effect, this is a yes, okay, what now, we have done this mission yesterday, we are going to parents house now, okay, instant cold, free money time, let's explore a little bit, yeah, have also a nice time with your parents, where is my bike, there it is, let's look a little bit around, just for the rules, silence, yeah, Das war's für heute. Okay. Just a little bit exploring. Yuhuuu. Yuhuuu. Just looking what is here. Yuhuuu. 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 Flippy time. Yuhuuu. 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 Maybe we can follow the tracks. No we can't. Okay. Yuhuuu. Yuhuuu. There is a Sweet Okay. Das ist wirklich großartig. Ich bin sicher, dass wir einige Sidequests da bekommen. Da geht's. Da, 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 da. Okay. Let's see, where I am. Apartment? Bot? Let's see. Ooh! Maybe we find some secret robot factory. Can we? We go up. Here. Can we do it? We can do it. Some misplaced bushes. But no developer has thought anyone will go here. We can do it. Let's see. Okay. So here is the world's end. The edge of the world. Or a motorcycle. Looks like good. Okay. 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 I'm so lucky that I don't can destroy my bike. Okay. Let's see. Okay. Okay. Let's try something safe. Okay, ich bin tot. Gut, dass ich es saved. Okay, ich bin tot. Gut, ich bin tot. Okay, ich bin tot. Okay, ich bin tot. Okay, ich bin tot. Okay, ich bin tot. Okay. Okay. Okay, ich bin tot. Was? 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 Was we can explore? Was ist das? Was ist hier? Was ist hier? Some hidden robotic tech Instant code Okay, not much missing textures What is this? Oh oh Damn This was not so good Damn Damn I'm trapped Help Damn Okay, don't jump Into that Maybe I should save before I explore this Can pass Hello campers Hello campers What you are doing here Hast du dich verlaufen? Hola Everything okay Hallöchen Handeln, nicht reden I'm Can A Need A Can A A A A Untertitelung. BR 2018 Was ist hier passiert? Was ist hier? Was ist hier passiert? Was ist hier? Was ist hier? Okay, at least some stuff to loot. Enter car. Was ist hier? 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 Oh, yes Oh, okay! Oho-oh... these are bodies.. What is happening? Ich mache einen Quick Break. Ich werde zurück in Zeit. BRB Okay, wir sind zurück. Was ist hier passiert? Können wir in den Weg gehen? Wir sind sicher. Okay, okay. Das sind alle Roboter, ich denke. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Und was? Und was sind diese Lichter? Was ist hier passiert? 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 Okay, wir versuchen etwas. Ich denke. Das ist hier passiert. Hier ist hier Okay, I think the... Die Fahrer ist schneller! Stopp! Oh! Ich habe ihn vorhin geholfen! Ich sollte es geholfen! I should save just to be sure Come on why he turns down okay we're not supposed to go there we will never find out what's going on there This looks like a racing track Okay Dead bodies Okay What is this all about? Career service Empty Okay Okay Here open something here? No Hmm 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 Ellie hello welcome Something strange has happened here I'm doing good how are you? Let's look maybe we find more some spots Everything makes sense maybe Nothing here Let's look Look What is this? A ghost city? Looks almost like a ghost city Ghost town Who are you? Hallo, ist jemand hier? Oh, mein Gott. Nikola! Nikola! So much stuff to loot! So good! His flight is too short! Slow! Ooh! Over and... Fix it up! Nobody saw... ... ... Okay ... ... ... ... ... ... ... ... So viel Schluft. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, something more to loot here? So much stuff! So much stuff! So much stuff! So much stuff! Okay! Okay! For this we need more strength! Okay! Constitution! Okay! So much stuff! Okay! 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 Alright! 1.60 1.80 2.50 3.50 4.50 5.50 5.50 6.50 7.50 7.50 8.50 9.50 10.50 10.50 11.50 12.50 Ok Lol Tell me I'm cute Tell me I'm cute Ok This cap has more armor but with the old cap I have more effects 89 94 What One Let Looking One One Two One Two Two Three One 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 Two Two Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 mit 5 Ok 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 Das ist auch Puck. Okay, okay, a little bit better. Boots, Otis V.1. We'll use this. Okay, can we upgrade something? Okay. 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 Let's craft some shotgun ammo. And maybe. Somebody wants a crate. Okay. 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 It's dark. Sweetie dark. Okay, I think there is not more here. No. Okay, fufufuf I'd say fufufuf. Okay. Closed. Closed, closed. Most of the sheet is closed. Yes. Also closed, okay, we can do more here. Okay. 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 Die Einwohner von Meiland. Umgezeugen zufolge haben 7 Millionen der Fangro-Agnabobots plötzlich in Bestäubungsfunktion eingestellt und sind direkt zur Hauptstadt der Lombardei geflogen. Der Grund ist bisher nicht bekannt. Let's to the port. Die Einwohner von Meiland. Die Einwohner von Meiland. Die Einwohner von Meiland. Mhm. Nein! Ich tu, was du willst! Bitte! Ist da jemand? Komm, fäng dich! Fäng dich! Fäng dich! Fäng dich! Okay. Okay. Mm-hmm, mm-hmm. Tschüss. Aufgrund ausstehender Zahlungen der Miete und anfallender Gebühren hat Night City den Mietvertrag mit Impala Automatics für städtische Industrieanlagen aufgelöst. Impala Automatics ignoriert diese Entscheidung und besetzt nun illegalerweise das im Vertrag genannte Gelände. Die städtischen Behörden bieten eine Belohnung für die erfolgreiche Zwangsräumung des Geländes. Die städtischen Behörden bieten. Die städtischen Behörden bieten. Die städtischen Behörden bieten. Die städtischen Behörden bieten. Die städtische Behörden bieten. Das war's für heute. Oh! 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 Ah! Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay 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 Hmm Hmm Du bist auch völlig irre Okay We have something to loot here Hello Willkommen Hmm Hmm Okay 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 Let's see Okay Let's Okay 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 Bt E9 Und Und Okay 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 Yes 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 Welcome I'm good Okay 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 Let's see what we can do here Okay Let's see what we can do here That's great to hear That's great to hear Always happy when the Dude's doing good Okay Okay We have loot here Can we go somewhere Can we go somewhere? No Okay Okay I looted everything here Let's see Can we Enter some Buildings Instant code Free money time Grab that code It's free It doesn't cost anything Closed 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 We can go up Closed 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 BD1CC Innoid Okay. It's closed. Dammit. Okay. Okay. What? No. I can't open it. Dammit. I can't enter on the other way. What? 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 Okay. Closed. Closed. Where you are coming? I don't kill you. It's weird. Okay. Found something. Okay. Let's hack into that. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Okay. 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 Let's see. Okay. Okay. Hey. We could see Whoa. We could see. Oh, yeah. I can't see. We could see. Okay. Okay. Just a little bit more space in the backpack. Okay. 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 Now this should be liberated. Boom. Mr. Petri, hello. What are you doing? So much to destroy. Mm-hmm. Okay. 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 I shoot you already. Go away. Let's see. Okay. Okay. Loot everything. It's all mine. Okay. 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 Then we are done here. Es gibt keine Leidenschaft, müssen wir aufstehen. Okay. mit sie verbrechensmeldung die 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 Das war's für heute. Ich will diese Räume. Geh das zu mir! Okay... Let's see, let's see, let's see. Okay. No, Robert! Let's see. Okay, let's see what we can... Do... Hmm? 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 This sounds not safe. What was this? Nein! 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 Was? Mines everywhere! ... ... ... ... ... ... ... ... Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, Tja, Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja. Ammonition. So we can shoot everyone. Then we must not sneak and you can still produce a patch. You have to click every time. Insert code. Put the money time. Okay. 88. Can we make hello? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, coolness. Maybe this game is a little bit buggy. Of course I can't throw a grenade. We restarted. Give me some seconds. Synchronize. Zero percent. 39, 58, 91. Synchronize. Okay, go. Girl Guest, hello, welcome. How are you doing? That's the number is still open guys. You can win a crate. Wait. Hello, hello. What are you doing? Ich mach das nicht, Alter. Ich mach das nicht. 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 Ich mach das. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Das ist nicht cool. Das ist der einzige Weg in. No coat. No coat. No coat. No coat. Damn. Das ist das. Das ist das. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Can only go in this coat? Das war's für heute. Das war's für heute. Welcome back. No coat. I need coat. Scorpi. Very very good. Marvelous. Wonderful. Thanks for the follow, Scorpi. Welcome. Happy told you to spam my chat. Let me give you something cool. They are great. Affiliate when. It takes a long time on my channel. We are searching for our code. But. We don't find code. They cannot enter the door. So much text. And I don't know which message is the right. So I must watch all messages. No code. There is no code. There is no code. Also no code. There is no code. There is no code. Blablabla, no code. Blablabla, no code. No code, no code. No, no, no. Instant code is coming in. Okay, I don't have any clue. No, we cannot go in. Damn it. Okay, and we go here. Okay. 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 Gut, dann ist das ja erledigt. Wie war das Interview? Erträglich? War das eine ernst gemeinte Frage? Haha, du kennst mich zu gut. Kennen wir uns? Jeden Tag das Gleiche. Aber wir können nicht in den Weg gehen. Aber wir können nicht in den Weg gehen. Ok, ich scanne die Graffiti. Komm hier! Open the door! Komm hier! Burn baby, burn! We can't go in. And there is no hidden entrance. Entrance. Ah! Now we are here. Now we are talking. Ultralisier! 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 Antr recewe Ultralisier! Oh, too much items. Oh, too much items. Okay. Oh, too much items. Hmm. Why we can't open the door? Who lives here? Okay. 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 Und 10. Und 5. Who lives here? Who lives here? 2. all the nice things ok, das ist am 2nd floor ok, das ist am 2nd floor ok, 2nd floor, let's check this out thanks for spamming that chat, revenge thank you, thank you so much stuff Justin, hello, how are you? oh, is your day? oh, is your day? okay what is it? thanks Vincent time free money grab this code, redeem it and be happy here we've also already, ok ok and here you need a boat 60T fuel price 60T fuel is huge 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 I like that I can destroy this glass here but I need the code for 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 I need to open it here because there is no other way to get in nope no other way hmm oh we can do this can we go up? hmm 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 Oh, da ist ein Ladder. Let's check that. Da ist ein Ladder. Was hier? Ja. Da ist ein Ladder. Da ist kein Weg, um in diese Runde zu kommen. Da ist ein Ladder. 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 Okay, wir gehen hier raus. Wir können nicht die Tür nutzen. Da ist ein Ladder. Oh, ich bin so glücklich. Jeder ist warten, weil mein Fahrrad da steht. Hmm. Ich bin so glücklich. Was ist denn das für Freak-Tack? Freak-Tack Du kannst ihn nur mit einem Hack-Tack Das Dough Overheat. Oh, da ist ein anderer. No one has seen me still, no alert, no attention. No alarm. No alarm. No alarm. No alarm. No alarm. No alarm. It's locked. Ok, it's locked. Oh, nice. Waterfall. Hello, robot. How are you doing? Welcome, welcome. Thank you for the 14th view. Thank you, thank you. That's a yes in the predictions. Two hours sleep. Two hours is not much. I'm good, I'm good. I'm trying to figure out how to enter this building. We can't destroy. Oh boy. Hmm. 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 Okay, no. We can't go in. Damn it. Hmm. So how we go in? Only one door. And the door is not usable. We can't do that. Oh boy. Oh boy. Hmm. No way in Okay, maybe we can't go in Nice car Holy shit What else we can find? There Go there This car is nice Nice Justine Congratulations Congratulations Mission completed No problemo What else? What else? What else? Next Father Vamos Los Let's Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hi! Du hast aufgefordert, dich zu zeigen! 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 Okay! 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 Too much stuff! Let's dismantle some stuff to have more room in the pockets! Okay! 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 Nice! Then we don't dismantle this! Okay! 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 80.000 What else do you have? 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 What else? What else do you have? What do you have? What else 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 do you have? Maybe someone wants another crate? Mikrofon Muted Mikrofon Activated Activated 7a als c e9 als c e9 5.5.5.5 at least this Okay, we can't go in, no door is open. There is a door. Closed. This also don't open. Closed, closed, closed. Closed, closed. Closed, closed. Closed, closed. Closed, closed. Oh no. Come on, go away. Okay. Nice. What a mess. What a mess. Hello? Sir? You are free. Okay. Okay. This? Nice. Blazing down Vony has a crate. Coing. Chi-chi. Hey. I have here a cunt. No. 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 Oh. No. No. Was? Aufstellung! Wincentime! Free Money! Roll the clip! Roll the clip! Okay, coolness. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. All the free stuff. This car is also nice. But we can't take it. Okay. 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 Something to loot? Let's see, let's see BD BD Okay, 89.000 Credits BD 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 We cannot open this Welcome back! Willkommen zurück, willkommen zurück. Willkommen zurück, willkommen zurück. Willkommen zurück, willkommen zurück. Willkommen zurück. Okay, this way. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Oh, okay, sag das doch gleich. Scheiße, Mann. Hast du auch die Karre? Ich hab den Wagen unten geparkt. Der Schlüssel steckt. Was? Dein Ernst? Das ist ja der absolute Hammer-Tune. Vielen Dank. No money? Nee. 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 Die Angelegenheit ist all die Ender. Mit Angelique Cosmetics, du kannst mich, niemand, und her, in jeder Zeit. Richtig gute Arbeit, V. Unser Kunde ist froh, dass er die Aufnahme und auch noch das Auto bekommen hat. Wenn der Kunde zufrieden ist, ist der Fixer es auch. Und du hoffentlich auch. Auftrag erledigt. Deine Bezahlung ist unterwegs. Und ich stehe das Karno. Und ich stehe das Karno. Und ich stehe das Karno. Ah! Kannst du dir das vorstellen? Mich schockiert das alles. Aber keine Angst. Diesmal kannst du einem kürzlich Geschiedenen helfen. Er heißt Mr. Gutierrez und verlässt sich auf uns. Seine Ehe ist nicht mehr zu retten. Aber vielleicht kannst du die Schecks besorgen, die seine Frau hat mitgehen lassen. Details anbei. Denken Sie bitte, den Sie den Schieger Fertig getötet. Ein Gericht. Zuschauen Sie die Flügel raus. Die Flügel raus. Gehen Sie das? Gehen Sie das? Gehen Sie es, die Flügel raus. Eine Flügel raus. Gehen Sie das? Gehen Sie das? Gehen Sie das so? Ich denke nicht, dass dieser Grey Dancer zu bedacht ist, die eine Seite als Helden und die andere als Schub. Justin, GG! Ich denke nicht, dass dieser Grey Dancer zu bedacht hat. Give me all the food. What? What? Das war's für heute. Was ist das? Okay, I have to go up. 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 Give me all that loot. Okay. 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 What do we find here? Okay. 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 Anyway. Okay. Okay, what's next? 175m. Gehtos. Level up, yeah! Okay, das ist der Second. Microphone activated. Key. Okay, okay, what now? And we can go here. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. We'll be right back. Okay, let's go. Undy-y. Okay, let's go. Ok Elfabeta Gun Oh Nice What else we have nearby this Hello Welcome How is it going How is it going Why? Why? Okay Okay Experience yours Never look forward Force wall to do Bring your enemies and enemies You're ready to command You're ready to command You're ready to command You're ready to command All the other Lightest in the middle Mhm Mhm You need a push to the right direction I'm really busy All the other Now We'll move back I'm 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 We can get there. Okay, done. Mission completed. Third. 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 Next. 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 Was ist das? Das war's für heute. Eine Mikrosekunde länger. Sende Space an die 7 2 9 9. Jetzt sofort. Das Crystal Palace. Tosendes Leben in der Stille des Weltraums. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist? Was hast du für Probleme? Was ist? 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 Okay. Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Okay. Damit. Okay. 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 Netzwerk in der Gegend. Okay, I'm too heavy. Again, too heavy. Hm. Yes. When you carry all the guns, you are very, very heavy. You must get ready for what to work. Ah, to store. Okay. Yes, maybe I'm off a new pack. Have a nice evening then, Dustin. Okay. 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 Was ist das? Das war's für heute. Okay. Damn it. Damn it. Okay, let's loot everything. Ding. 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 BD 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 Okay. Okay. Nobody here What are you guys? Rowdy tiger claws Instant gold, free money time Ok, what we have nearby Go on 125 Remade us To all Night City residents Paution Night City agents Hey! Take care and be in the shade Hey! This is one of them! That's the one! The closest thing to a glacier will taste 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 Is coming true Back to a glacier, the closest of the glacier will taste Look at you We'll be out of here After a great week Das war's für heute. so much stuff in the pocket Thanks for spamming my chat Happy Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Okay. Okay. What else we can do? Oh, it's there. Okay. Come to the Dinia Ginger Shrine and pray with us to the Kami of Chrome and Electricity. Your Co-Processor malfunction will vanish like now. Holy shit, that scared me. Okay. 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 Interesting. Holy shit. Welcome Raiders. Welcome, welcome. And Lappi, I don't know if you have sound activated. Thanks for the wait. Thank you, thank you. Welcome. You are so nice to me. You are so nice and so helpful. Mr. Lappi. Another prize for subs. I win it back. I am your sub. I win it back. It's mine. Bye. 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 ich werde ihn verliegen Oh shit I accidentally shot Zivil guy Damn! Cops searching for me Sweet! Sweet stars! Oh shit, no! Too much damage Damn! Too much damage Yeah, awesome Oh, okay Okay Let's see what we have in the neighborhood It's not longer active, okay So many missions Talk to Vasquez We go there We will see, we will see with your game what you think What do you think? Yeah, I know I like that I think I think I think I think Ich bin nicht sicher, ob wir ein Chat-Game open haben. Aber wir können ein neues Chat-Game starten. Ich bin nicht sicher, ob wir ein Chat-Game starten. Ich bin nicht sicher, ob wir ein Chat-Game starten. Zu dem Gebäude mit den Polizisten davor! Danke. Hätte gedacht, du siehst professioneller aus. Egal. Geh rein. Keine Sorge, Olga. Wir klären das. Definitiv. Wir halten den Zeitplan ein. Hilfe ist unterwegs. Endlich. Na los. Stevenson fragt schon den ganzen Tag nach dir. Er ist in seiner Ankleide. Geh zu ihm. Du wolltest mich sehen? Ich will, dass du bei mir bist und meine Seele diese Welt verlässt. Instant Code. Free Money Time. Nur Fremde sind hier. Grab this Code. Gut. Du willst diese Braindance also wirklich drehen? Ich bin entschlossen wie nie zuvor. Weißt du, was ich glaube? Du bist ein Rebell. Ein echter Revolutionär. Das verstehe ich nicht. Du willst den Leuten was Wahres geben. Was Echtes. Die vom Studio glauben, sie haben ein Trottel, an dem sie fett verdienen können. Aber in Wahrheit benutzt du sie. Du wirst die Welt verändern. So. Hab ich das nie betrachtet. Ich... Ich hab solche Angst. Betest du mit mir? Irgendwas suchst du aus. Ich will nicht beten, aber ich bleibe hier bei dir. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heilige hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Yeah, yeah. Joshua? Es ist soweit. Meine Zeit ist gekommen. Ich möchte, dass du mit mir kommst. Ich möchte, dass du den Hammer hältst. Und mich ans Kreuz schlägst. Oh, lol. Bitte. Vergiss es. Nein. Dann bleib. Bitte einfach an meiner Seite. Okay. Na dann, mal los. Hört mich, das Shit hier. Ich habe so viele Sachen zu lösen. Ich habe so viele Sachen zu lösen. Los geht's. 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 du, Jesus. Die Duck. Congratulations, well deserved The last number Crazy Sheet And now You are done Can I get my money? Father I beg my spirit in your hands Amen Amen Okay, where is my money? Okay That was probably my hardest gig, but I have achieved What now? Yes Now I go home And sleep two days I will be due to your expenses I will be due to your expenses I will be waiting for you I will wait for you Yes Until then Okay Done Okay Done He is dead Okay, it is done He is dead The end is near Yes Let me save And try something Saved Haha Almost too easy Almost too easy Almost too easy Boom But good Haha I just wanted to test This test saves are wonderful Nothing happened I don't have thrown a grenade With a grenade And the people Hehehe 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 Look at me, I have stolen a police car Hehehe He рус status He... Hehehe thicknesses Hehehe 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 He... Hasn't.. ok cop car is not so special it's slow it's shitty i have a new idea what let's save before ok this was only a test nice 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 ok I'm hungry I should eat but i'm playing so i can not eat oh no oh this was close oh Kilometer oh 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 this city is so big oh 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 und was sagst du naja immerhin weiß ich jetzt warum man die teile sicher genannte du steuerst direkt von deinem sitz aus du musst dich nur verlinken was keine knöpfe tasten oder blinke dinger Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay. Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Okay. So sollte es gehen. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht ihr nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam. Sag mal, ähm, soll das so sein? Neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Hey, langsam raff ich, was du meintest. Wärm dich auf. Keine Ahnung. Dreh einfach mal ein paar Proben. Schmeidig wie ein Boot. Mhm. Der leitet über alle Hubbeln. Jedes Terrain. Fahr zu diesem Wrack. Hm. Okay. Ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Links. Sehr gut. Weiter so. Ja, genau so geht das. Rechts. Ausgezeichnet. Jetzt lass uns schießen. Halt an und ich aktiviere das System. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Die fahren nirgendwo mehr hin. Gut. Was ist denn los? Was ist denn los? Und agieren in Harmonie. Und agieren in Harmonie. Hm. Fühle ich deshalb alles doppelt? Sind so rasche Rückkopplung. Unsere Systeme sind ineinander verschlungen. Willst du es mal probieren? Okay. Würde ich gerne. Spürst du das? Ja. Wow. Wie konzentriert man sich im Kampf bei sowas? Wir sind sicher nicht immer so intensiv. Was ist hiermit? Hm. Wir haben Glück. No nudity. No nudity. So. Maybe TOS. Okay. Oh damn. Sie haben uns gefunden. Wir müssen ins Lager zurück. Eine ganze Horde! Bereit zum Kämpfen? Verdammt! Wir auch, Saul! Wir sind Bastard! Macht dich fertig! Und dann haut ab und macht euch hier nützlich! Wir fahren direkt zum Lager. Die Familie braucht uns. Wir sind fast da! Okay, ich sehe es an uns. Achso, wir haben überraschung. Oh, Kassier. Jemand kann sie machen. Ah, ihr habt sie pulverisiert, gratulieren. Beside zu reden. Das ist gut. Die Money time. Damn. Let me loot. So much Loot. What? Why I'm almost naked? So much Loot. 50 we use this and 61 looks good. So much Loot. Okay. Okay. Na gut. Von mir aus. Aber... Vieles wird sich ändern müssen. Ja. Und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich habe Nein gestimmt. Danke. Danke. Ich muss erstmal runterkommen glaube ich. Kommst du mit mir? Hä? Wo gehst du hin? Dreckige Situation? Aber ein interessanter Tag. Ich fühl mich, als wär ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Nee, echt. Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldecaldus zählen. Jederzeit. Gut zu wissen. Niemand an der Bar. Finde ich gut. Bier? Limonade? Limo klingt gut. Wie du willst. Auf Happy Ends. Lust. Apropos Happy Ends. Vorhin im Basilisk. Ich hoffe, du bereust nicht, was passiert ist. Ich bereue nur eins. Dass wir nur so wenig Zeit hatten. Hätte nichts dagegen, in die Verlängerung zu gehen. Mhm. Du weißt. Naja. Das zwischen uns. Das könnten wir jeden Tag haben. Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam. Was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. What? Willkommen, Radars. Holy shit. Mr. Smoke. Ich hoffe, dass ihr eure Spreaker aufhören könnt. B? Danke, danke, danke für die Werte. Willkommen, Radars. Was ist los mit dir? Danke für die Werte. Danke, danke, danke. So einfach ist das nicht. Entweder du willst oder nicht. Was ist daran so schwer? Das ist das Problem. Was ich will, spielt momentan keine Rolle. Schon okay, B. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denke darüber nach. Versprochen. Damn. Soll ich Ihnen zeigen, was ich mit diesem Gesetz mache, wenn Sie, die Bürger von Nice... Wie? Panam. Ich... Ganz ruhig. Alles okay. Wie fühlst du dich? Wo... Wo sind wir? Ganz ruhig. Du bist umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Ins neue Lager. Du bist in Sicherheit. Alles unter Kontrolle. Noch bist du nicht tot. Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam. Ich... Es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay. Wie? Wie? Entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Mmh. Very, very good. Marvel is wonderful. Yeah, Felix. Thanks for the follow. Willkommen. Wie? Sag was bitte. Servus. Hey, servus. Hey, servus. Gäste number game open. I reopen it. Die Wahrheit. Ich habe Angst, dass sie zwischen uns steht, wenn ich sie dir sage. Wie? Hör mir zu. Es gibt nichts, was du zu mir sagen könntest, das ändern würde. Wie? Ich meine, rät kein Scheiß und sag mir endlich, was los ist. Yes, Level 2 und Moor. Wie? Sag was bitte. Dies. Kennst du Johnny Silverhand? Ja. Sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... Äh... Soll das eine komische Metapher sein? Lange Geschichte. Hatte einen Job. Hab ihn versaut. Und jetzt... Hängt mir Silverhand's Konstrukt im Kopf. Bullshit. Tja, er findet's auch nicht toll. Glaub mir. Wir kommen nicht gut klar. Und es wird schlimmer. Du verarschst mich nicht? Ich versuch nur damit zu leben. Zu überleben. Deiner Gesundheit bekommst jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt. Hör mal, Mann. Warte. Ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Nee, nee, ich erinnere mich an mich. Hey, Mitch. Nein. Okay. Endlich. Erlegg mich doch. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Denk dran. Unser Angebot steht noch. Wenn du hilfe brauchst, die alte Kaldos sind für dich da. Hier. Du hast mehrere Wäste, du kannst zu Lv. 2. Wenn du was rausst, weißt du, wo du uns findest. Highting. Locking. Du kannst den FOLLOW-BUTTEN. Aber es ist nicht notwendig. Wenn du nicht möchtest. Ich kenne diesen Ort von früher. Die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Oh, die Lines. Ja, Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren Überblick. So ein Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Hallo. Das ist nur für den Lover, der mein Kanal nicht zu verabschieden. Aber trotzdem. Alles ist noch temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Also kannst du in die Bibelwaffe. so you have to watch some time or follow or do something to get level 2 ich bin deutscher das steht in den beschreibungen ja ganz ehrlich keinen plan aber es muss doch etwas jemanden geben der erinnerst du dich an hellmann wir können noch deutsch reden als konstrukte ich rede meistens so ein bisschen englisch weil die meisten auf teta ja hier englisch sind und jetzt muss ich rausfinden wie es weitergeht du findest ein weg und wenn es soweit ist helfe ich dir die ganze familie wird helfen soll meinte das ernst verstehst du dass du für mich da bist pass auf dich auf und sagt bescheid wenn das wäre das ist ja ich komme aus deutschland ich glaube das hört man schon an meinem schlechten englisch und wie gesagt ich habe kein problem damit wenn ihr auf deutsch schreibt bloß ich rede natürlich die meiste zeit auf englisch weil die meisten leute auf teta englisch verstehen auch schon ja es gibt so 23 extremer auf teta die aus deutschland kommen sie reden meistens nicht deutsch weil zu wenig zuschauer sind die jetzt leppi kennt sei nudeln du musst jeldet nudeln das geschäft ja auch so dass man früher oder später irgendwem auf die füße tritt also mal sehen was kommt du kannst du das ding überhaupt verlieren wir zurück zum thema ja glückwunsch du du warst großartig vergiss alles was ich dir gesagt habe die eddies kriegst du in kürze und ich packe dir einen bonus obendrauf viel spaß damit ja da ging es darum dass smoke zum beispiel hat ja jeden tag ein serbisches wort was auf englisch übersetzt dass die leute ein bisschen serbisch lernen können und ich habe dann gesagt ich muss damit auch mal anfangen ich fange mit nudeln an deswegen weiß leppi jetzt was was nudeln bedeutet wenn es denn gut und der cowboy klingt nach einer interessanten geschichte ist keine geschichte sondern eine weitere episode aus der reihe abgefuckte dinge die leuten auf der straße so passen los und ich habe wahre vereinen von diesen cowboys von san francisco nach kansas gebracht so nennen wir die besitzer dieser großen sind fleischfarmen in kansas gibt es die zuhauf aber panam hatte noch nie eine gesehen ok wir kommen also da an laden alles ab ventile für boiler und so egal jedenfalls stinkt es wie die hölle dort panam ist weiß wie eine wand kurz vorm kotzen der besitzer kommt zu uns rüber cowboyhut und alles will gerade haudi sagen als panam nein sie hat ihm volle kanne auf die stiefel gekotzt ich dachte das war's der macht uns fertig da sagt der cowboy verbeugen ist nicht nötig mir reicht ein handschlag kein wunder dass panam sofort wusste was du bei der AV-Nummer meintest nähe berlin können wir können wir uns einigen auf nähe berlin ok sorry for the english talking guys when someone talks in german with me i answer but most of the time i will talk english and i play this game in german because my english is not so good that i get fully the story when i play it when i play it in english so i play it in german to enjoy the story and get everything some stories are really cool some stories are really cool ok zeta affiliate is a long long way let me refresh 26 it's a very long way let me refresh 26 it's a very long way every time when you will see speak in something in german you can hear noodle it's our secret word oh look a laptop mega noodle in the mood yeah i didn't stream and i watched some weird guy leppy getting affiliated how many people liking him and fighting in chat yeah and emotes we can only use the affiliate delete closed fg time hello welcome I guess the number game I think is still open if somebody wants a crate. General Keitzen, hello, welcome, Baker Nudelbatch, oh nice, yes, maybe I can sell my guns what I don't need, build this, build this, there's so few crab in the pockets. Sell it, this tool, 120.000, nice. Okay. Okay, yes, also so much stuff. What games do I play? Now, this time, until the next week, I think, I play Cyberpunk. When I don't play Cyberpunk, I play World of Tanks, because I have an account since 2011, from time to time, surviving some matches, World of Tanks is cool. I like survival games, I like space games. Maybe when I'm done with Cyberpunk, maybe we play some survival or a space game. I don't play CSGO or Fortnite, I can tell you, it's not my game style. Maybe I'm too bad for this, but I don't like these RPG games. Witcher was cool, I have 180 hours, Witcher, enjoy it so much. The best 20 euros I have ever invested. I have 2800 hours in GTA 5 and have the story 16% and when I'm level 5, I think, or 7 in online, time, because I have played GTA roleplay a lot. Yes, yes, I bought it for 20 euros and it's so amazing for this 20 euros. Because you have so much fun and so time-consuming doing all the quests and leveling and the best 20 euros I ever invested. 133, we are almost done. But I don't play Skyrim, I can tell you. I don't know why. I don't play Skyrim. I have over 600 hours in ARC. Survival Evolved. This is also a survival game where you can tame dinosaurs and so on. Yeah, but Witcher was the best investment ever. Oh, the seller don't have any more money. I can't sell all this stuff. Everything alright? Alright, alright. What else? Wie kennst du? Mischen. What mission? What mission is here? Was ist los? Jake hat's erwischt. Er braucht eine neue Niere. Und zwar sofort. Allerdings hat eine Sichelzellenanämie. Ein normales Nierenimplantat wird's also nicht tun. Hier in den Badlands kommt man an solche Spezialdinger allerdings nicht so einfach ran. In Night City findet man so ein Implantat. Da bin ich mir sicher. Der Cote hat einen Kontakt in einem der Krankenhäuser. Der meinte, er könnte helfen. Aber? Aber einer muss in die Stadt. Und du siehst ja, wie das Camp aussieht. Die Ruffen-Schiff können jederzeit wieder aufkreuzen. Wir brauchen jeden Mann. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel weiß. Kannst du in die Stadt gehen? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß. Der Cote das Kontakt arbeitet in einem Krankenhaus in Little China. Du musst nur das Implantat abholen. Das Geld wird auf einem sicheren Weg verschoben. Alles klar. Bis später dann. Ich weiß nur die Serbische Part der CETA-Community. Und ich kann sagen, die Serbische Part ist toll. Diese sind cool Leute. Das ist nur Dutsch. Kodekto. Wo sind meine Fahrzeuge? Nein, Motorbike. Okay. Ich kann nicht gehen. 3.2 Kilometer. Ich muss eine Fahrzeuge. Can I steal some car? I can't. Dammit. Einbringen. No. Yeah. Very, very good. Marvellous. Wonderful. Hurri Marie. Hello. Welcome. Thanks for the follow. Welcome. Welcome. I can't steal stuff. 3.2km running. It's almost impossible. Jet watch out. Our Theta mod is in the channel. Okay. Let's go. Maybe we can go to our suite and get some car. Okay. This way. Then we must rob our car. Oh yeah. Now I can request my bike. Okay. Where is my bike? Okay. I have to go to our suite. When I request the bike, mostly it comes to our suite. One. 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 No car. Two. Last. Two. Three. Two. One. Big necess 하게 done. Two. One. everyone is here on its own and when you not get rated it's really hard to improve your viewership so and it's also so when i got rated and have more than two or three viewers i rate mostly somebody else when i stop my stream because you give the north to someone else and make someone else happy i think this is a spirit when you get the north you pass the north to somebody else when you stop the stream so and most of the time you rate somebody who has lower viewership than you justin welcome back oh sheet it's really dark you can see more than me because i have the window capture a little bit more brightness what's here i see cool stuff give it to me oh cool four you kidding me four armor four i have something with 90 on my body i think i think i guess the number game is still open this was uh gives it away to somebody else is uh unwritten rule um i know from twitch when you get many viewers in a raid you pass them to somebody else when you stop streaming because uh yeah sure the viewer can decide by himself who to watch but when you wait somebody some viewers will stay and you help a lot it's a social thing thing when when you be nice somebody else will be nice to you so don't think it's only all for you so don't think it's only all for you this was close you have a new kettle nice you have a new kettle nice what's kettle's name is it an hair or him you have a new kettle nice okay 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 so uns lecker female kettel das war's kloß Das ist toll, ich liebe die Katzen auch, aber ich kann sie nicht Ich habe sie in meinem Haus, weil ich zu den Katzen bin Ich bin nicht zu allergisch, dass ich 24 Stunden, wenn ich einen Katzen sehe, aber ja, ich bin ein bisschen allergisch Ich sehe da, hat Dakota sie geschickt? Ja, ich soll hier was abholen Hier, eine Dainala Superniere für Patienten mit Sichelzellanämie, wie abgemacht Die Eddies kommen Ja, ja, spät, ich weiß, ich muss los, bin mitten in der OP Okay Okay Ich habe ihn getroffen Oh, damn Was? Neutralize the police? Was? Why do I have to neutralize the police? That's crazy That's crazy Okay, get the loot Hello I want to loot this Damn it Nicht schießen, nicht schießen Vielleicht überlege ich's mir, wenn ich eine verfickt überzeugende Erklärung höre Der Anruf von Dakota, die Polizei hat mitgehört, sie haben mich gezwungen Nie im Leben, kein Bulle macht so viel Stress wegen einem Nierenimplantat Doch, es ist wahr, sie sagten, dass sie roughen Schiff aus Night City aushaben wollen, mit allen Mitteln Aber Dakota gehört nicht Egal, vergiss es einfach Lassen sie mich gehen, bitte Ich wollte das nicht, ich hatte doch keine Wahl Ich töte nicht gerne ohne Grund, anders als die Bullen Lieber Gott, danke, danke Danke mir, nicht dem lieben Gott Das sagt ihr Ärzte doch immer, oder? Die Supernive, die Polizei hat sie mit einem Virus versehen Benutzen sie die Firmware in diesem Splitter, wenn der Patient leben soll Das war sehr ehrlich, vielen Dank Das war doch das Mindeste Hoffentlich ist es das wert Nee General Keizen Wenn du streamen willst, musst du keine Firma anmelden Nur wenn du dauerhaft irgendwie damit Geld verdienen willst Und solange da bis ich 10 Euro im Monat rumkommen Da wird dir jeder wegen Liebhaberei sagen, brauchst du noch keinen Bewerbeschein Aber sobald du bis ich 50 Euro oder mehr im Monat verdienst, ne Dann brauchst du schon eine Firma, weil sie dir dann Gewinnorientierung nachsagen können Aber bei 10 Euro im Monat, da sagen sie, hey, das ist ein Hobby Da würde das Finanzamt sagen, was für 10 Euro im Monat willst du hier eine Steuererklärung einreichen Ja, du kannst das sehen Ja, ja, kannst ja Ich persönlich, ich kann dir jetzt, ich bin da kein Anwalt, ne Das Steuerrecht, also ich persönlich sage so Ähm, da gibt's dann auch so eine Grenze, wo sie sagen, das ist äh, Liebhaberei und so Da, wenn du jetzt eine Firma anmeldest und hast über 2 Jahre immer 10 Euro im Monat Dann, läuft dort alles unter Liebhaberei, also unter Hobby und äh Ich glaube, dann ist dir auch keiner richtig böse, wenn du keine Firma hast, wenn du 10 Euro im Monat machst damit Aber das ist meine Privatmeinung, ne Hätte natürlich klappt und du einen Haufen Subs kriegst und einen Haufen Kohle machst und so, ne Das ist was anderes Aber, ähm, musst mal schauen auf deiner Steuererklärung, ob unter sonstige Einkünfte auch T-Fuel angeben musst Wenn du es, äh, umtauscht in Euro ist, dann musst du das angeben, aber wenn du T-Fuel behältst und andere Sachen damit machst, ne, dann Tja Kannst du schlecht angeben, ne, der Preis, der schwankt ständig Gibt's heute 50 Euro an und 3 Tage später ist das bloß noch 30 Euro wert Das ist dann immer so ne Sache Das ist meine Privatmeinung, wie gesagt, halt dich da Äh, nicht so dran fest Gibt sicherlich Leute, die können dir das, äh, recht sicher sagen Und die kosten meistens auch Geld Also ich hab zum Beispiel keine Firma Weil ich mach hier nicht wirklich Geld Ich hab hier mehr Stromkosten, als ich durch Donations reinkriege Meiste Kann man nicht unternehmerisches Handeln, äh, unterstellen Mit Gewinnabsicht Ich hab mir grad ne Capture-Karte für 250 Euro gekauft Da streame ich ein paar Monate dran, bis ich das wieder raus habe, oder Jahre Genau Lass dich von jemandem beraten, frag mal einen Steuerberater oder sowas Was der davon hält, für 10 Euro pro Monat eine Steuererklärung machen zu sollen Ob sich das überhaupt lohnt, oder Die Firma kostet nämlich auch Geld, wenn die Gründen tust und so Klar hat das Vorteile Also du kannst zum Beispiel Aufwendungen, wenn du jetzt was für Streaming kaufst Absetzen von der Steuer Ja, bloß das kannst du nur gegenrechnen gegen deinen Gewinn, ne Und wenn du kaum Gewinn machst, war gar nicht Denn Bringt das auch nix Und du kannst damit denn deine Steuerlast mindern Wenn du sonst, wiss ich, 50 Euro Steuern zahlen würdest und du sagst, dass hier sind meine Ausgaben gewesen Kommt eben immer drauf an, was man verdient monatlich oder Ja Und wenn man merkt, das startet richtig durch und ich Du verdienst richtig was im Monat, dann kannst du ja immer noch eine Firma anmelden Nach meiner Meinung Ich mach das zum Hobby, das ist alles Hobby, was du hier siehst Versuch natürlich so professionell wie möglich Ich hab mich da auch schon viel reingelesen Dass du möglichst hier nicht einen Pixelbrei siehst und so Schicke ich auch genug Bitrate durch, damit ich 720p60 streamen kann Ich lass das mit einem ordentlichen Prozessor encodieren Dass es auch schick aussieht, wenn ich mich bewege und so, ne Aber wie du bemerkt hast, ich bin da kein professioneller Streamer, der damit hauptberuflich sein Geld verdient Ich hab einen ganz normalen Job Ich hab einen ganz normalen Job Okay Okay Someone ordered an Orgen Ich versuche Ich versuche Okay Okay Ich hab das Implantat für Jake Aber es hat einen Virus Du musst die Firmware gegen die auf dem Splitter austauschen Hm, was für eine Überraschung Nomaden kriegen immer eine Spezialbehandlung Du hast gut aufgepasst, danke V Komm in ein paar Stunden nochmal Bis dahin sollte alles klar sein Okay 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 Top Oh, ich habe eine Storch hier Oh, ich habe eine Storch hier Ich kann nicht die Bett Ich kann nicht die Bett Ich weiß nie Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Also ist das passiert Okay Was jetzt Vielleicht kannst du das Geld von dem Ripperdoc Zwölf Constitutions, it's this. Okay. Nice. Nice. Nice stuff. Nice stuff. Nice. 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 You. Vielen Dank. Nur das ist okay. Das ist nicht so interessant. Das ist nicht so interessant. Wir haben noch eine Patrouille zur Tanke geschickt, aber sie sind überzeugt, dass die Ruffen den AV runtergeholt und Hellmanns Wachen angegriffen haben. Der Typ von der Tanke bleibt bei der Geschichte, also sind wir fürs Erste sicher. Wie geht's dir? Smalltalk? Fällt dir nichts Besseres ein? Ich wüsste da schon was. Aha. Na, anscheinend läuft da bei dir wohl schon das Kopfkino ab. Passiert das häufiger? Panam. Also, bei mir schon. Hab dich vermisst. Okay. What we can do... Not much here. We can do some quests in the meantime. Where's my bike? I can move. Why? Okay. Why I can't move. Hello Rebecca. I think you posted this in wrong chat. But. Welcome. H. Welcome also. Hello. Oh, hello. Oh, wait. We need the street. On the street we can get the... Spiff das. Hello. Welcome. How's it going? How's it going? 2.5 km. I like the spike. It's fast. It's cool. It's great to hear. Yes, I'm also okay. Spiff das. Playing cyberpunk. Great game. Big map. Big map. 800 meters. Let's see. What? Most men. This is dark here. What? 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 Stop. 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 No. No. I'm stuck. Damn it. It's a gold. Free money time. I don't know. Justin, you can look. 29 hours and 25 minutes. 20% of the things unlocked. I think it's only the prices. Not the game progress. Not the game progress. 29 hours. A little bit more than the average of all players. And yesterday I downloaded a 9 gigabytes patch. 100 meters. We can run this 200 meters. 100 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 meters. Ich bin ein CBD. Bist du fünf oder was? Das ist ein schönes Ding, man kann die Leute hacken. Und du kannst ein Dua Overload. Nur mit Hacking. No one has still checked that I am here. What is it? Let's go. 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 Okay. Okay. Oh yes. Icecan. No. Let's go. Let's go. What? Let's go. Let's go. 59! What? Where are you? That's not cool. Where are you? Okay. Okay. I'm coming for you. When Justin is not hungry, then something is wrong. I'll refresh my page. You see the wedge? It's not that easy. It's not that easy. Still 26. It's not that easy. 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 I'm coming for you. I don't think the days where I not stream it count. Because the chat can only move when you stream. Expecting everything else is not so smart, I think, when you're not streaming expecting chat be active. I don't know. 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 What? Hex? 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 Fence in time, good morning. JDMP, hello, welcome, but I think it's not very fair when you count not three bad days because your jet was not moving, it's not really fair. Hmm? Ah, okay, you have to go up. Hello, anybody here? Nobody here? Okay. 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 I can't level up, but we need this, so we must hack at this. Same. It's deactivated, I guess. Okay. 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 Hallo, ist jemand hier und noch immer wieder alive? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay What we can hack here BD A9 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 Just to be sure A9 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 So ein Kopf auf den Schultern ist eben nicht nur schmittendes Beilag Moskitosruten sind wieder sicher Dein Auftrag ist damit abgeschlossen Yeah What else we can do Boom Boom Pizza Nice I'm not having pizza today But I'm sure I eat something Not long Not long Serbian barbecue Oh man You make me hungry Okay 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 Sounds delicious What's going on here What's going on here Let me I know it exactly Let me Okay What's going on here What's going on here What's going on here What's going on here And here That I'm not sure I'm not sure But I need to get your head Was ist jemand anderes? Boom! Big water boom! Stop it! I don't like your music. Okay, okay. Nobody else here. Nobody else here. Boom! Big water boom! Hello again, robot. Welcome back. We can't go in, okay. Okay. We can't go in, okay. One is Cyber Psycho. Hello, Mr. Psycho. Mr. Psycho, where are you? I will go inать with you when I won. I am a cat. It's good. I can't do that. I can't do that. I can't do that. Oh, 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 oh. 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 Did I miss something? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das war's. Lister Psycho, where are you? I think this quest is packed. No idea. 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 No one is here. I think the quest must be packed. No idea. 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 What? Okay. irritose Untertitelung des ZDF, 2020 Regina eine Nachricht. Okay. Okay, it's done. What else? We go here. Nice car. Okay. 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 Gehen! Das war's. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Das war's. Okay. 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 Time to eat. Enjoy your food. Die Winsch, enjoy, enjoy. Das ist dein Befehl! Die Winsch ist still alive. So you are next. Die Winsch. Die Winsch. Die Winsch. Die Winsch. Die Winsch. Give me all that loot. Jeugd. Die Winsch. Das war's. ok anybody else here bd bd 55 bd 55 bd 55 bd bd 55 Um, 5, 5, 3, C, 7, R, nee, 5, 5. Ok. 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 He finished his mission, I think, and then it's ok for today. It's only 150 meters. Easy. Großartige Arbeit, V. Wirklich genial. Meine Leute schrauben schon am Radar herum. Als kleine Überraschung für Militech. Ohohohohoho. Welcome. Ok. Ok. I think that's it for today. Be safe. Then we close the predictions. Be a cool guy, of course, yes. Then we have no. Then we have no. Also no. Close the good luck everyone. Danomi, congrats. Ok. Let's see who we can rate. Maybe someone was playing cyberpunk. But it's not that easy. Only see one playing cyberpunk. But it's a french guy. Yeah. We rate somebody else. Thanks for watching. Thanks for the follow. Thanks for the donations. I will be here tomorrow. Yes. Bye bye. I will be here tomorrow. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.